Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dass bei so vielen Schweizerfamilien jeden Morgen Midi-Confitüren auf dem Tisch hat, liegt nicht nur allein an der grossen Auswahl. Auch auf Qualität wird eben bei der Herstellung der Midi-Confitüren grosser Wert gelegt. Die Fachleute suchen ständig nach Möglichkeiten, wie man die Midi-Confit noch besser machen könnte und lassen die neuen Rezepte durch Konsumenten testen. Und das Ergebnis, das sehen wir hier, die Midi-Confit ist jetzt noch fruchtiger geworden. Man sieht es voll von lustigen Fruchtstücken. Und das ist die absolute Neuheit für alle, die auf die Linie achten, sich kalorienbewusst ernähren müssen oder wollen, aber doch nicht, auf eine vollfruchtige Confit verzichten. Die Midi-Legere, die Confit mit 100% Genuss, aber 50% weniger Kalorien. Die Midi-Legere enthalten keinen Zucker, keinen künstlichen Süssstoff und, wie gesagt, nur halb so viele Kalorien wie die normale Confit. Und trotz all diesen Vorteilen entspricht die neue Midi-Legere im Geschmack und in der Konsistenz einer lustigen, fruchtigen Midi-Confit. Mit Midi-Legere haben Sie also wirklich den vollen Genuss mit halben Kalorien. Sicher nicht jeder Mann oder jede Frau Lieblingsbeschäftigung und in diesen Tagen trotzdem wieder aktuell ist die Frühlingsputzete. Grob bietet Ihnen darum die bewährten Markenprodukte, die Ihnen viel Arbeit abnehmen. Speedy, der schonende Fettlöser für die Küche. Durgoal, der geruchlose Schnellentkalker. Und Sajax Glasrein mit Ammoniak für glasklare Fenster. Vega-WC für Dauerhygiene oder als Sofortreiniger mit herrlichem Frischenduft. Oder die WC-Ente, der Sofortreiniger, der direkt unter dem Rand wirkt. Und für alle Fälle das vielfältige Vileda Allzwecktuch. Ja, und wenn dann alles so schön glänzt, dann ist eigentlich Zeit für eine kleine Überraschung. Wie wäre es, wenn Sie sich einfach selber so ein feines Arni-Schocci-Ei gefüllt mit zart schmelzenden Praline würden schenken? Wer weiss, vielleicht kommen Sie so am nächsten Sonntag vom Osterhase rüber. Eine süße Überraschung gibt es heute auch aus der Studioküche. Wir schalten um zum Goob-Rezept dieser Woche. Guten Abend miteinander. Finden Sie nicht auch, die Zeit geht wahnsinnig schnell rum. Jetzt gibt es bei Goob schon wieder frische Erdbeere. Ich habe Ihnen hier den Vorschlag für ein Dessert. Die Erdbeere waschen und still abnehmen. Einen Orangen gut waschen und mit dem Sparscheller schellen. Diese Schale in ganz feine Streifchen schneiden. Wir sagen auch Julienne dazu. Die Orangen-Julienne im Zuckersirup, ein paar Minuten kochen und dann abkühlen. Die Hälfte der Erdbeere, je nach Grösse, halbieren oder vierteln und auf einem flachen Teller anrichten. Die andere Hälfte durch ein Sieb streichen. So. Und mit dem Sirup mischen. Dieser Sirup kommt dann auf die Erdbeere. Zu diesem Dessert passt natürlich Schlagramm wunderbar. Das Rezept steht in der Goob-Zeitung dieser Woche. Probieren Sie es aus. Es lohnt sich. Das wäre es gewesen für heute. Wir danken fürs Zuschauen und wünschen Ihnen jetzt noch schöne Ostertage. Achtet Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Das lohnt sich. Zum Anfang das aktuelle Angebot vom Goob-Fotoservice. Ab sofort kommen Sie bei jedem Erstauftrag alle Farbkopien im Standardformat für nur 50 Kappen über. Bis am nächsten Dienststück gibt es bei Goob Grobkaffee Jubilor 250 Gramm statt 4,40 Nr. 93 und 500 Gramm statt 8,40 Nr. 47 Grobkaffee Bonsoir ohne Koffein 250 Gramm statt 4,35 Nr. 3,85 Vialone Risotto Res statt 2,40 Nr. für nur 1,60 Nr. Uncle Ben's Ries statt 2,40 Nr. 6,40 Nr. Rahlation, Goolstar statt 2,30 Nr. 1,80 Nr. Schlagbarer Halbraam 25% UHT statt 1,85 Nr. nur 1,55 Nr. Auf Wiedersehen!